hi leute herzlich willkommen zurück zu minecraft aquarian skies mit dem marco zusammen und dem tino so und weiter geht's wir haben jetzt hier scorched bricks und zwar eine ganze menge und wir brauchen noch mal das buch genau das wollen wir uns jetzt noch mal bauen so dazu brauchen ein bisschen paper dann brauchen wir diese zwei pattern und ein string dann haben wir das buch das schmeißen wir einmal hier rein die sind da die pappe drüber und dann haben wir still working and you so jetzt gucken wir mal was können wir schön ist damit machen okay ah ja okay so muss das schöne teil aussehen reducer include purifiers include steel pick iron und man kann sogar neta quatsch drin herstellen so warte mal wir brauchen auf jeden fall tricks dann brauchen wir den controller train wozu ist das dankt und in die tank kontrolle das ist ja interessant was man damit bauen kann aha okay alles klar man kann dann quasi noch in die tank bauen das ist ja interessant moment die frage wollen wir diesen tank bauen so dass wahrscheinlich der ganz normale tank verstehe sie wird windows ich bin gerade überlegen weil ich habe das teil noch nie gebaut ein bilder ort so glas muss kippe dort kannst du dich noch an den kockofen erinnern mir geht es gerade um was anderes hier also so so we will designt das matter with beginnlayer bed of class clear class same class zero class also work accepting class so 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 warte mal auf jeden fall erstmal davon ein so sorgt dann brauchen wir auf jeden fall diesen sort train immer an der geht nicht genauso ach so okay das muss man kurz schauen aus was die hier diesen train gebaut haben ach so da kommt ein ganz normaler train dran ok hier in die mitte haben sie das teil gebaut ich glaube das war mit lapis jetzt in der mitte lapis in der mitte so genau da haben wir schon mal das teil dann brauchen wir auf jeden fall noch ein paar davon ich weiß noch nicht wie viele in der mitte muss ja frei bleiben na genau in der mitte frei reizen muss das natürlich nicht mehr ansatzweise reisen reichen wo soll ich den hinbauen warte mal ja hier bei dem prüver ist ein dein leben so bauen wirst du oder hier rein clear class dem class Gut, dann brauchen wir erstmal Glas. Das schläft schon mal fest. Okay, noch was. Glas, 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 Glas. Wenn ich Sand reinschmeiß, kriege ich automatisch Glas, ne? Das ist eigentlich schon, ja. So, dann muss man... Gucken wir, ob das reicht. Ja, super. Das ist genau so reichen. Dann muss man hier wahrscheinlich wieder mal ein paar Blöcke gießen. So, glatt ist unten. Irgendwas hier rauskommt, wenn wir es gleich zum Ganzen gießen. Zero Stone. Äh, was kann ich mit den Zero Stone machen? Marco, du hast ziemlich viele Teile in deinem Körper. Ja. Was geht denn da hinten ab? Party. Boah, Alter, ey. Boah, Alter, ey. Wie sieht es so aus? Mann, 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 Mann. So, warte mal, haben wir noch ein bisschen Klee. Klee haben wir, glaube ich, auch noch. Ähm, Klee. So, lass uns hier mal noch einen halben Stack machen. Ähm, den schmeißen wir erstmal da rein. Das, wo? So, dann machen wir das folgendermaßen. Ich baue den jetzt hier links im... Alter, ist das nicht dein Ernst, wo war? Warten. Naja, was da hinten hier schon wieder los ist. Ordina. Ach, das ist doch sinnlos. Warte, mach nix. Mach n' gleich. Geh weg da. Was machst du denn da schon wieder hin? Ich versuch, diese Spacko ist hier kaputt zu machen. Ich hab noch ein Herz. Lass es sein. Ach, sinnlos. Na, ich weiß ja nicht, was du von der Mobfalle baust. Ja, aber... Was bitte doch machen hier. Ich mach jetzt hier eine Rüstung und du hampelst da schon wieder rum, alter und... Im Gesam... Na jetzt. Kann da nicht wahr sein. Da, nein, nein, nein ... Na wii, bitte schön! So... Okay, dann haben wir jetzt hier Molten-Glas drin. Ist hier was drin? Nee. Glas haben wir drin? Ja, sehr schön. So, dann brauchen wir auf jeden Fall Clear-Glas und zwar neun Stück. So, ähm, den Gas. So, drei Stück haben wir schon. Das reicht hier auf jeden Fall, was hier drin ist. Äh, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr von diesen Glöcken hier. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall auch noch Clay, mit dem wir da spritzeln müssen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Clay, 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 Clay. So, zack. Was brauche ich noch, was brauche ich noch, was brauche ich noch? Ah, hier so ein Pott haben wir übrigens auch. Oh, cool. Das sollte man vielleicht gleich mal hier drüben mit rein schmeißen. Und, bist du schon im Einsatz da drüben? Ja, schon völlig. Ach so. Ähm. Hm, hm. So, sieben. Na komm, zwei ja noch. Krieg mir die noch hin. Wieder als Alkoholfrei übrigens. So. So. So, dann. Was bringen wir ja auch? Mann. Das dauert alles so lang. Okay. Ähm. Ähm, 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 ähm. Hm. Normales Glas. Hm. Fupp, 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 fupp. Sand. 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 Sand ist mangelware. So. Und dann können wir das Teil hochziehen. Hoffe ich mal. Sieht auf jeden Fall saukool aus. Ja. Ja. So. Ja. Ja. So. Und dann haben wir schon mal das normale Glas. Ja. Wirklich noch zwei noch Tanks raus. Oh Gott. So. So, ja. So. 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 So, ja. Da einmal außenrum quasi und dann in die Mitte das und dann drauf. Und auch das Teil. Hm 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 hm. Hm 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 hm. So, außenrum müssen. Hm hm hm. Die hier. So, das reicht nicht mehr von außenrum, oh mein Gott. Zack, so. Ähm, wenn du willst, ich hab hier ne Kartoffel gedroppt. Ha. Ne Kartoffel, das ist gut. Gib mal her, ja. Noch ein bisschen Abwechslung. Wo ist er denn? Was du meinst jetzt einfach mit dem Statt? Die sind nicht wegen der Mobfall rumgelaufen. Sondern wegen der Kartoffel oder was? Ha, 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 ha. Ne, wegen dir, du Banane. Äh, ne. Weil, die unten nicht ausgelöchert war. Hm, wieder mal. Wenn ich dir jetzt klatsche, füllt sich das Teil. Warte mal. Ah, die Sichtel kann ich schon bauen. Kann ich noch Glas einstecken? Ne. Ich brauch auch selber jetzt grad massenhaft Glas. Aber welchen? Ja. Aber welchen? Ja. Das war ich da niemals. Ich bräuchte, weißt du was ich noch bräuchte? Klee. Haben wir da? Ne. Doch fünf. Da kannst du ja auch das schnell nehmen und dann... Äh, naja, ich bin ja eigentlich gerade volles Rohr beschäftigt. Ja. Warte mal, die Klee. Das ist mein kleines Problem. Ähm... So, ich hab hier noch was von dir. Hab ich die da hingeschmissen? Ja. Oh. Was denn den her? Ne Ahnung. Mööööööööööööööööö... Okay. So, dann können wir den nämlich einen höher setzen. so den 1 höher setzen wenn ich jetzt hier von der seite kannst du mal kurz wenn ich jetzt hier von der seite ein hopper anschließt sollte doch mal lieber ein item doch das teil ja automatisch befüllt dann kommen wir noch zu redakt hat meinte wie Fluriduct? Jetzt haben wir kein Fluriduct mehr, oah Ähm Können wir mal zeigen? Was denn? Hei, kommt so voll, ist scheiße Hab das Teil, ja und? Ne, ne, kannst du da lassen Wo ist dieser Train jetzt hin? Glaub ich Achso Was denn? Was machst denn du? Du hast es jetzt da reingelegt Ja, pass auf Hast du noch einen Hopper? Äh, gleich Guck mal, ich muss jetzt mal die Hopper Hm Ähm, bauen wir noch mal eine Kiste Guck mal Hä Hm Ja, das ist So denn Die sind noch Topper, hier Szene, nachher Warte mal, du hast du umständig, jetzt. Meines Erachtens geht das nur im Casting-Table. Hast du einen Liquid-Duck oder sowas? Ne, haben wir eben nicht, das ist das Problem. Warte mal, ich traue mal schnell eins. Soll ich auf den Kopf? Soll ich auf den Kopf. Ja. Holt mal ran. So warte mal. Servo müssen wir selber reintun. Sinten in der Kiste. Ich brauch's noch hier dringend was zu essen. Ich überleg gerade. Warte mal. Ich kann nicht mal eigentlich mit dem Chooser. Wo ist denn der Chooser? Hä? Wo sind die ganzen Sachen? Keine Ahnung. Irgendeine Kiste? Da Choosern das alles ist weg. Kann doch nicht sein ey. Was ist denn der Quark hier schon wieder drinnen? Was ist denn der Chooser weg? Was ist denn das für eine Scheiße? Na gut funktioniert doch nicht, weil ich gedacht hab hier. Das ist doch sinnlos. Das ist doch sinnlos. Mal ohne Mist. Na ja. Das muss man so tun. Nein. Ehh. äh stellst den tisch hier auf dann kannst du weitermachen sooo was liegt in deinem kopf was wir eingestellt Ah, er schmilzt noch, ich glaub aus Versehen Jockeygossen Okay, an dieser Stelle würde ich sagen, beenden wir den Part erst mal Das sollte jetzt automatisiert sein hier schon mal Und ja, lasst das Däumchen da, wenn es euch gefallen hat Ich bin mal gespannt, ob wir hier hinten das große Teil gebaut kriegen Und ansonsten, ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder Bis dahin, tschüss Tschüss